Lass mich abbauen. Oh nein. Oh nein. Du bist gut? Oh. Clearly nicht. Ah! Okay, du schießt halt nicht der Gast. Wow! Wollt ihr denn? Ein Gast, in der so ein Outline hat, ist das nicht angenehm. Wenn der sich aber vor alles schiebt. Oh shit, all bis jetzt. Bye-bye. Oh Gott, hier ist ja... Und am Test? Was? Oh. Das ist Schickerbox, oder? Ja. Oh no. Hab die Vax. Wie viele Spawners sind diese? Ja, na? Okay, ich hab zumindest keine meine Wirtig mehr, aber dafür ein Herz. Dann ist doch... Ist eine Distra? Ja. Hau ich auf. Geil, ein Damage Burst. Das ist nice. Ach so, der ganze Tempel war jetzt nur für die Disco, oder wie? Der Schaden ist für'n Frostbow, let's go. So, lass mal in den... in den coolen Lavasee mit Stridern gehen. Warte, wo? Da, wo ich mal. Wo ich ja nicht hinwolle, weil da so viele Mobs waren. Nein, nein, nein. Das war nochmal woanders. Okay. Ich dachte, das war hier gegenüber. Ach so, nee, ja, nee, stimmt. Ja, ja, das war doch hier. Hab mich nur an den Torbogen falsch erinnert. Squish. Squish. Ach hier das Loch. Lol. Hackblaze hab ich schonmal gekillt. Ja, hier unten sind, äh, in der Kiste sind Warped Stickmade Fokus. Andersrum. Aber kein Set, oder? Nee, aber die auf den Striden sind welche. Joink. Lol. Wiii. Oh, äußend. Ja. Und hier ist Eisen jetzt, ne? Ich bin aber schneller als ich. Wenn ich auf dem Strider sitze. Äh, hier ist ein Spawner. Oh, er ist ein... Oh Gott. Hier sind überall Spawner. Ah, wir haben gerade so zurückgeschossen. Mein Holz brennt. Hier ist wieder Schalker-Ding. Wird das wieder Fortune? Ja, wir haben Fortune eins. Ja, wieder eine Schalker-Dings. Wie komm ich euch hinterher? Äh, bauen. Oh, du schiesst auf die. Ahhhh. Was meinst du mit wie komm ich euch hinterher? Ich steh neben dir. Meinst du? Ah, die sind nur mehr Strider. Da vorne ist noch ein Strider. Warte, du kannst meine Familie. Hier ist halt ein Spawner von denen. Also die sollten eigentlich hier spawnen. Aber tun sie halt nicht. Ja, wahrscheinlich schon. Es sind zu viele am Leben. Naja, okay. Dann bräuchte ich nicht in meinen hoch. Naja, hoch. Wiii. Können die klettern? Ne. Lebt mein Strider noch? Ja. 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 Ja, das stimmt. Wir müssen nur den... Oh Gott. Den wieder auch noch. Das war nicht sehr schlau. Das ist eine voll die coole Area hinten. Haben wir's noch? Wiii. Ich habe gerade ein Problem. Ich habe gerade mehrere Probleme. Oh, das sind zwei Probleme. Ich habe ein Herz. Ich stehe vor einem anderen Problem, aber es lässt mich nicht vom Sattel runter. Ja. Oh, ist der süß. Bye-bye. Der fährt ja noch gerne. Da ist noch ne Kiste an. Die wollte ich ja endlich hier ran. Oh, da ist keine Kiste an. Aber meine, die sind einfach nur sporter. Ich glaube, wir sind richtig geboostet, ne? Ja. Aber das verbraucht haltbarkeit, ne? Ja, hier ist nichts brauche. Okay, ja, hier ist tatsächlich nix. Ja, wohl. Die brauchen die eh, eh, nicht mehr. Äh, dann abgriffen wir das noch eigentlich, oder? Nee. Längst rundherum ist noch. Ja. Was ist das denn? Haha. Miau. Oh, das... Ich muss zum nächsten... 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 Wie viele Gegner sind hier? Ja. Gut, dass wir uns einig sind. Okay, wo ist der... Okay, jetzt hoch. Bald, bald sind es... Achso, du willst zum Checkpoint? Ja, dann hier... Checkpoint? I want my netherite. Warte, kann ich mit dem Feuerzeug was anzünden? Ja. Oh yeah, der Wald brennt. Das wollte ich nicht. Wo? Wo gehst du hin? Ja, du musst natürlich... Ah, ich wäre jetzt da hochgelaufen. Oh lol, das geht auch. Ja, lass mal erstmal da hin, weil... Ich glaube, das ist nicht... ...der Weg weiter. Na, ich glaube doch, das ist auch... ...miss der Weg weiter, wenn wir das hier ist. Bonus-Dame. Mal gucken. Ist alles ein Bonus-Dame. Oh Gott, Alter. Die machen Half-Life mit einem Schlag. Ich war schon low. Hä, die Feuerpartikel sind das, was uns Mining-Partikel geben wird. Aber woher kommen die? Urified Water. Nochmal. Holy shit, der Knockback. Ich hab Slowness. Ja, wir haben Slowness und Mining-Partikel. Aber woher? Ich hab auch Mining-Partikel. Ich hab auch Mining-Partikel. Jetzt hab ich auch keine Mining-Partikel mehr. Oh Gott. Hier sind so viele Ghast-Spawner. Schlöker-Shell. Ein Ghast-Spawner ist weg. Ein Ghast und ein Ghast-Spawner ist weg. Zwei Ghast-Spawner sind weg. Seid ihr unter der Brücke? Ich bin auf der Brücke. Auf der Brücke. Aber hier sind halt Spawner unter den Brücken. Also müssen wir entweder weitergehen oder die die kaputt machen. Die unterhole ich. Die unterhole ich gerade. Okay. Sonst haben wir hier nichts, ne? Ja. Ich hab auch einen drunter, weil ich einfach direkt drüber stehe. Nein. Wieder daneben. Ich hab einen, der drunter war und jetzt komm ich auf der Brücke, weil ich keinen mehr sehe von hier. Nein! Wieso treff ich die nicht? Ich bin echt schwer mit den Tridents. Ich bin jetzt einfach am Bogen. Kommen wir auf den Querknatter hoch mit den Bäumen? Oder sollen wir da jetzt einfach schnell hoch? Ich weiß nicht, ob es hier weiter geht oder da hinten. Ich glaub mal hier. Ja, wir können ja mal kurz um die Ecke gucken. Weil ansonsten können wir nochmal das eine... Ach komm schon! Die Kiste habt ihr schon gefunden. Welche? Unter dem Türchen. In dem Turm drin ist unten in so einem kleinen? Ja. Ja, da war ich. Oh! Reds on chest! Warte, 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 ist das ein bisschen aus Sand drin. Fuck you! Wie löbst du noch, man? Die machen echt wenig Schaden. Da war einfach ein Smiley Face aus dem roten Sand drin. Ja. Ja, das ist ein bisschen sass hier. Ich wollte... Ich wollte erst mal reingucken, bevor ich die aktiviere. Aber ihr aktiviert es einfach in meinem Gesicht. Hier geht es tatsächlich... Warte, wenn es hier tatsächlich weitergeht. Lass es mal zurück ins Internet, wo ich dachte, wo es nicht weitergeht. Geht es denn hier weiter? Ja, Gott. Ja, lass erst mal reingucken. Ja, tut es. Habt ihr auch immer noch Slowness in meinem Fatigue? Ja. Nö. Das ist aber... Weil es eine Wüste ist. Nee, oder? Ich meine, das wäre irgendwie interessant. Nein. Vernichtet. Haben wir irgendein Item, das Speedboost gibt bei uns halt? Ja. Die Feder. Ah, ja, die Feder. Ja, der geht ins Speedboost. In die U-Fan. Fällt man mit der schneller? Nee, du bist nur das Feder vorhin geworden. Oder bin ich einfach nur absolut die Phantom Membrane gewohnt? Du meinst die Nautilus Shell? Das ist eine Phantom Membrane. Oh, nee. Oh, nee. Die Shell ist doch das Unterwasser-Strength. Das ist eine Phantom Membrane. Hä? Nee, aber der... Niemals fällt man normal so schnell. Oh. Oh. Powerbow, Red Sandstone, Arrows. Man fällt echt so schnell hoch. Man fällt echt so schnell hoch. Komplett an der Sonnenrechte gewöhnt. Alter, meine Fettig ist so dumm. So weird. Ja. 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 Das war genau nicht das oder so. Ah, okay. Der Hund ist tot. Okay, ich hab ganz viele Blöcke gefunden. Was machst du da unten? Das sind Blöcke. Fuck you. Komplett geblockt. Mit einem Block. Oh Gott. Ja. Ich hab keinen Bock. Ich hab keinen Bock. Es gibt fürs Marienbänder? Oh, lol. Danke, Ars. Ah, das ist meine Fatigue. Warum? Ja, hatte ich auch keinen Bock. I am Death. Ich hab's lautes gemacht. Destroyer of Worlds. Kann das sein, dass es nicht dein Red Shirt ist? Ich hab's. Bye-bye. Oh. Weiß nicht. Was? Die Feuerpartikel kommen doch von irgendwas, was wir zwischendurch bekommen haben. Oh, was wirst du in Palos da? Wo ist ein Upgrade-Punkt? Wo war'n das? Ich komm nicht durch den Graveler. Ja. 2 Upgrade-Points. 2 Upgrade-Points. Ja. 2 Upgrade-Points. Oh, dann kann ich mal einen später upgraden. Pog. Ja, dann war das wirklich ein Wohnhausgebiet. Äh, lass uns mal wieder runterfliegen. Was passiert, wenn man ganz hoch geht eigentlich? Die Glast Erde. Ich bin noch nie hochgegangen. Warte. Äh, du wirst... ...gekilled. Oh, okay. Nevermind, damit ich's doch nicht wissen. Haben Rene eben schon erfahren. Oh, das wollte ich nicht. Rene ist zu hoch, ich bin zu weit. Gegangen. Andersrum. Ich bin zu weit, sondern du warst zu hoch. Ich bin auch zu weit. Okay, dann... Dann ist Hügel vielleicht doch nicht kill. Aber wahrscheinlich schon. Hi. Das sind zwei Spawner. Ne. Das waren nur deine Partikel. Äh, die Feuerpartikel kommen von irgendwas... Äh, was um uns herum irgendwie Gegner anzündet, wenn wir einen Kill machen. Aber ich weiß nicht mehr, was das für ein Item war. Das Feuerzeug. Ah, ja. Stimmt. Aber ich hab das nicht in der Offen. Wann bekomm ich das? Ja, ne? Top-Rap-Points auch. Wo seid ihr schon hin? Das ist sicher... ...die Wüste. Ja, das ist die Wüste. Ich hab grad das Feuerzeug weggebrochen. Was ist trotzdem noch? Okay, lass wieder hoch auf diese große Brücke. Waren wir schon in dem fetten Ballon hier? Hm, da war Rene. Wo seid ihr? Da unten? Ich dachte, ihr war nur in dem Ballon. Bei der großen Brücke. Ich seh deine Partikel, ja. Oh mein Gott, jetzt hab ich's verstanden. Das Purified Water macht das weg. Dieses Mining Fatigue und so weiter. Glaub ich. Deswegen glaub ich, weil ich eins getrunken habe. Aua. Das Purified Water hat meine komplette Hautbar durcheinander gebremd. Ah! Okay, anscheinend tust du es nicht. Aber ich hab's erwartet. Nee, tust du es nicht. Bist du da unten, oder? Das bist du. Ein Gegner ist ja auch. Du wolltest zu der Hütte, oder? Ja. Also es ist nicht mal eine Hütte. Overpass. Ja. Oh, was seid ihr? Oh, was seid ihr? Äh... Ilya ist unten rechts. Um die Ecke. Und ich gleich auch. Nochmal Purified Water. Und ne Eisenachs mit Schadness 2. Wiii! Meeow! Im Ballon ist der Kiste. Ich hab ne Gapel gefunden. Und du hast ein Checkpoint. Jo, ich seh's. Ach, du bist schon hier. Ja, ich fang von oben. In dem Ballon ist, glaub ich... Ich hab noch was. Auf dem Ballon war das. Nein, nein, ich mein Spawner, glaub ich, in dem Ballon. Egal, ich hab keinen Bock jetzt die ganze Zeit mit meinem Ending-Kartig abzubauen. Checkpoint. Jo, Checkpoint. Wetterall, Schwertime. Ah, das mit dem Slown ist nervt. Ja. Kann man nicht? Du hast den Biom-Rios. Da oben ist ein Skelett. RIP. Egal. Kannst du einfach nicht... Danke. Holst du die Spawner oder holst du? Zumindest den einen, den ich sehe. Ah, kommt zu viel Schaden. So langsam. Oh, was ist da hinten im Gebiet? Pink und Crimson. Oh, lol. Wie das hinten einfach aussieht. Jo, das Wasser. Guck dich das Wasser an. Ja. Oh mein Gott. Okay. Ja, die Übergänge der Gebiete sind schon mega krass. Ich liebe es. Ich will da runter springen, ich bin ganz ehrlich. Wollt ihr hier oben weitergehen? Ich spring runter. Ich will weiter. Nein, hä? Wir kommen dafür eh gleich hin. Ja. Wir wissen, dass du Blumen vergisst. Du meinst direkt unter uns oder da bei dem blauen Wasser? Ja. Direkt unter uns. Direkt unter uns geht, ja. Aber ansonsten zu dem anderen Ding kommen wir ja gleich. Das ist ja kack. Meining-Vertig. Dann bleibt der Spawner stehen, das ist mir ruhig. Ja. Madge. Jetzt sind hier viele Gegner. Jetzt sind hier viele Gegner.